Hey Ho! Wieder mal in Grilljunkies Hardware-Ecke und bevor die Griller gleich wieder komplett rausgehen, wo wir das nicht sehen wollen, ich habe ja gesagt, morgen kriege ich Besuch, da wird hardcore gegrillt und ich denke, das werden die besten Videos von der Qualität her, wo jemals auf meinem Kanal rausgekommen sind oder vielleicht auch rauskommen werden. Ich weiß es nicht, aber seid gespannt. Ja, okay. Und ein anderer Besuch kommt auch noch. Gut, was machen wir heute? Zum einen habe ich mich hier im Partyraum bereit gemacht, im Hintergrund steht ja auch der V-Pin und hinterher muss ich alles wieder komplett wegräumen, weil wahrscheinlich brauchen wir den Platz morgen. Ja, wir werden heute von dem Tai Chi Mainboard den Prozessor ausbauen. Wir werden den in Design einsetzen, ins B55F, den Arbeitsspeicher einsetzen, die Festplatte einsetzen und dann werde ich noch gucken von der Wasserkühlung, wie das befestigt wird, ob ich da am Mainboard auch noch was umbauen muss. Ja, und mit was mache ich das? Leute, ihr werdet es nicht glauben, mein altes Computer, der Zeug, was übrigens das einzige ist bei mir, was nach all den Jahren noch komplett ist, bis auf den letzten Bit. Naja, fast das einzige. Mein anderes Set. Na gut, da ist im Laufe der Jahre sogar noch was dazugekommen. Ich glaube, das ist auch noch ziemlich komplett. Ja, das ist noch komplett und wie gesagt, 20 Jahre habe ich das Zeug und mit dem werde ich hier dran arbeiten. Als allererstes sollte man sich ja immer entladen, wenn man solche Sachen macht, die empfehlen in einer Steckdose am Schutzleiter hinzulangen. Naja, ich kenne Elektroinstallationen, da ist auf dem Schutzleiter Strom drauf, oder eben ab langen Stelle an der Heizung oder dann zur Armband, wo man geerdet ist und 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 und. Ganz ehrlich habe ich noch nie darauf geachtet. So aufgeladen war ich noch nie. Und ich packe jetzt erstmal alles aus, lasse die Cam nebenbei im Schnelldurchlauf mitlaufen, dass ihr das einfach seht. Ja, und dann mache ich mich noch schlau, hole ich noch die Anleitung raus, lese mich ein bisschen schlau und dann bauen wir um. Attacke. Dann werde ich jetzt doch zuerst den Prozessor umbauen, weil dann kann ich das Mainboard wieder wegräumen. So, erstmal den Verschluss hier lösen und plopp ist er frei. Vorsichtig, wächst den 1 Milliarde Pins da unten dran. Die Prozessoren haben an irgendeiner Ecke eine Markierung dran. Ja, hier ist ein Winzig. Wo kann man es denn sehen? Stellt die sich scharf? Keine Ahnung. Die haben einen winzig kleinen Pfeil da an der Ecke dran. Und naja, werden wir den mal ins neue Mainboard einsetzen. Dazu lösen wir wieder die Klammer hier. Machen ganz auf. Schwupp, drin ist er. Klammer zu. Professor. Ne. Nein. Prozessor ist drin. Geil. Wunderbar. Dann kann ich das Mainboard schon wieder wegräumen. Und dann werden wir doch hoffentlich so schnell wie möglich dieses Mainboard wiedersehen. Wenn ich dann, ja, den Rechner Black and White zusammenbaue. So werden die Videos dann heißen. Und ich verrate euch eins, ich habe schon Tower bestellt. Das kann ich jetzt schön verräumen, einlagern, bis es gebraucht wird. Boah Leute, ich sage es euch. Handbuch in Englisch geht gar nicht. Ich habe es gerade in Deutsch ausgedruckt. Da verstehe ich wenigstens zu 100% alles. Naja, jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Entweder die Festplatte, die M2-Festplatte einsetzen oder eben Vorbereitung für den Kühlkörper. Also auf alle Fälle hat sich das schon gelohnt, dass ich das deutsche Handbuch raus habe. Weil das ist ja für die erste M2-SSD. Hier unten für die zweite M2-SSD. Und sobald hier eine zweite angesteckte ist, ist hier Steckplatz 6 deaktiviert. Also heißt es hier bloß 5 Festplatten anstecken. Ja, und die sechste wäre dann hier drin. Gut. Aber jetzt, Leute, machen wir mit dem Speicher weiter. In vier Bänke, da empfiehlt es sich auch, ein Blick ins Handbuch, um zu wissen, wie sie gesteckt werden. Etwas verwirrend, sage ich jetzt einmal, weil Dim B1 und A1 hätte ich jetzt genommen, weil es am erster Stelle steht. Weil 1 ist für mich immer zuerst, aber nein. Bei zwei Speicherriegeln, na, geh auf. Und schon wieder eine Änderung. Früher waren beide zum Ausklinken. So. Aber bei denen soll man es bei A2 und B2 reinstecken. Und das machen wir. Die schönen Ballistik. Ja, die kriegt dann später auch mein Schatz in ihren Rechner rein. Muss ich bloß gucken. So rum. Das ist jetzt für mich auch wieder, schon wieder Neuland, wie die da reinkommen. Saat dafür habe ich noch nie verbaut. Mann, ich werde alt. Ich werde echt alt. Ja, die werden bloß gerade reingeschoben. Ich habe jetzt gedacht, die werden, fast gedacht, die werden so schräg reingefahren. Aber nein, die werden komplett gerade reingesteckt. Wie gehabt. Bloß, dass sie nur noch auf einer Seite verriegelt sind. Wie rum waren wir? So rum waren wir. Tja, im Laufe der Zeit ändert sich so viel an dem PC-Zeug. Das ist abartig. So. Wo geht es weiter? Dann machen wir jetzt mit der Wasserkühlung weiter. Zumindest mit der Grundinstallation. Kommt da unten nochmal was raus? Nein, da kommt nichts mehr raus. Hey, da steht sogar was in Deutsch drin. Bla, 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 bla. Sehr schön, die schreiben es drauf. Der Rest kann weg, das brauchen wir momentan nicht. Wir möchten ja bloß vorbereiten. Weil die Wasserkühlung selber wird dann erst zum Schluss drauf geschraubt, würde ich sagen. Auf keinen Fall wegschmeißen, aufheben. Aha. Dann werden die ganz einfach hier so drauf geschraubt. Da besorge ich mir jetzt Anpassenden Schlüssel, um die mit dem ganz, ganz leichten Rucker noch festzuziehen. So, den vierten auch schon eingesetzt. Fünfer Schlüssel ist zu klein. Sechser eigentlich schon zu groß, aber wir wollen ja eh bloß ein klitzekleines bisschen anziehen. Also wirklich nicht fest. Zumindest nicht zu fest. So, das reicht schon. Ja. Das wäre die Vorarbeit für den Kühlkörper. Für die Pumpe von der Ayo. All-in-one Wasserkühlung. Ich sage es nochmal. Ich habe es vorher auch nicht gekostet, was das heißen soll. Sage ich ganz ehrlich. Der kommt dann drauf, wenn das Mainboard eingebaut ist und der Lüfter, ähm, der Radiator selber auch mit eingebaut wird. Weil wäre ja Blödsinn, sonst wird das alles hier rumfliegen. Machen wir mit der NVMe M2 SSD weiter. Mal aufschrauben es. Tja. Und jetzt, ja. Habe ich vorher nämlich was gelesen. Das muss ich mal jetzt wieder her suchen. Mit dem zusätzlichen Gummipad, was da drin ist. Mit einseitiger und zweiseitiger SSD. Und wenn wir schauen, ist die nur einseitig. Ob da jetzt noch ein zusätzlicher Gummipad drauf kommt oder nicht. Wir wollen es ja richtig machen. Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte M2 Gummipad anbringen, bevor Sie ein einseitiges M2 Speichergerät installieren. Also, ich nehme mal an, das sind die Schrauben für die M2 SSD. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich das Adapterstück da noch mit reinschrauben muss. Da steht nämlich nichts drin. Also, wie gesagt, mache ich hier jetzt auch das allererste Mal. Klick. Und so wie es aussieht, brauchen wir hier so ein Adapterstück. Also, alles, was hier nicht gebraucht wird, wird definitiv akribisch aufgehoben. Kommt wieder in die Mainboard-Tüte rein. Oder in den Mainboard-Karton. Dass mir da nichts verloren geht. So, jetzt weiß ich auch, wie lang die ist. Kann ich die momentan nochmal rausziehen. Hört sich auch mit ganz, ganz viel Gefühl an. Dann kommt die wieder zack hier rein. Ich brauche einen kleineren Schraubenkratzer. Der hier. Können die Schrauben eigentlich rausfallen. Hat ein Kühlpad auf der Rückseite drauf. Wollen wir jetzt die Schutzfolge abziehen. Also, ich hätte ja vorher schon fast den Aufkleber hier runtergezogen. Raten Sie aber alle davon ab. Auch erlöschen der Garantie. Ja, viel Unterschied soll das nicht machen, ob der Aufkleber drauf ist oder nicht von der Kühlleistung. Also, lassen wir den drauf. Und schrauben den Joschi hier wieder fest. Sofern er denn überhaupt mag. Tja, Freunde. Wo andere fünf Minuten dafür brauchen, habe ich jetzt eine ganze Weile gebraucht. Eben, weil ich mich sicherheitshalber schlau gelesen habe. Man will ja nichts verkehrt machen. Wie gesagt, ein bisschen Unterschied zur alten Generation ist es schon. Gerade eben mit der M2. Die Speicher sind jetzt ein bisschen anders. Ja, die Geschichte mit der Wasserkühlung, mit der Halterung. Aber dem war ich zuletzt immer Intel gewöhnt. AMD hatte ich schon lange, lange, lange nicht mehr. Aber, so weit, so gut. Dann werde ich hier jetzt noch aufräumen. Also, wie gesagt, ich werde jetzt hier wieder aufräumen, dass wir für morgen Platz haben. Für keine Videogeschichten. Und wann es mit dem Mainboard weitergeht. Weil als nächster Schritt, tun wir den Tower komplett mal auseinandersetzen. Auseinandersetzen. Auseinanderreißen. Auseinanderrupfen. Und dann kommt das Mainboard in Tower. In Tower rein. Ins Case. Wird verschraubt. Und dann geht es weiter. Stück für Stück. Gut. Leute. Ich räume jetzt auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Was hoffentlich endlich wieder ein Grillvideo ist. Ja. Tchaikovsky. Tschau.